Lisa ist eine Patientin aus Köln, die seit über vier Jahren zu uns kommt und regelmäßig in unterschiedlicher Behandlung durchführen lässt und jetzt natürlich auch ihre Augenringebehandlung, da diese hier perfekt zu dem Gesamtgesicht abgestimmt werden und ein natürliches Ergebnis hierbei erzeugen. Hierbei ist es natürlich wichtig, dass diese Behandlungen regelmäßig durchgeführt werden für die Augenringebehandlung, bedeutet das alle vier bis acht Monate eine Behandlung hier durchzuführen. Nun sehen wir hier das Vorerstergebnis.